Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 8. Oktober. Beugehaft für Zeugin im Terrorverdachtsprozess, Christo Laika kommt in Wetzlar unter den Hammer und liefer Engpässe bei Medikamenten. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In einem Terrorverdachtsprozess in Limburg ist nun eine Zeugin in Beugehaft genommen worden. Bei dem Prozess handelt es sich um einen 19-jährigen Mann aus Waldbrunn, der vor dem Landgericht Limburg seit Mitte September angeklagt ist. Er soll einen Umsturz der demokratischen Grundordnung unter Einsatz von tödlicher Gewalt geplant haben und zudem noch gegen das Waffengesetz verstoßen haben. Auch Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sollen bei ihm gefunden worden sein. Bei der nun festgenommenen 50-jährigen Zeugin handelt es sich um eine der Hauptzeugen. Sie stand lange mit dem Angeklagten in Kontakt und hatte Strafanzeige gegen ihn erstattet. Im Landgericht Limburg weigerte sie sich jedoch, auch nach wiederholter Aufforderung gegen den Terrorverdächtigen auszusagen. Als Zeugin ist sie dazu nach der Strafprozessordnung jedoch verpflichtet. Nach Aussage eines Prozessbeobachters handelt es sich bei beiden Personen um Mitglieder einer politisch rechten Chatgruppe. Nach einem Wochenende Inhaftierung im Frauengefängnis Frankfurt äußerte sie sich schließlich zu den Fragen des Vorsitzendenrichters Benjamin Reichwein. Angefangen hat alles mit einer Weltpremiere in Wetzlar im März. Erstmals wurde die Christo Leica, verhüllt vor 30 Jahren von keinem Geringeren als dem weltberühmten Künstler Christo, der Öffentlichkeit präsentiert. Jetzt kommt die in Einwickelfolie gehüllte und mit Kordelschnur verschnürte Leica M4 in der Domstadt unter den Hammer. Die Auktion findet am Samstag, 12. Oktober um 12 Uhr im Hotel Bürgerhof Wetzlar Konrad-Adenauer-Promenade 20 statt. Vorab besichtigt werden können die Auktionsstücke am Freitag, 11. Oktober von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr. Die Leica hat die Losnummer 80, die Versteigerung ist öffentlich, der Zutritt ist frei, lediglich die Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt. Der Startpreis für die Leica beträgt 40.000 Euro, der Schätzpreis liegt bei 80.000 bis 100.000 Euro. Bieter können sich bis 24 Stunden vor der Auktion registrieren lassen. In der Regel sind zwischen 50 und 100 Bieter vor Ort, zudem sind bis zu 500 Online-Bieter aus der ganzen Welt registriert. Darüber hinaus sind bis zu 8 Telefonlinien für Bieter am Telefon parallel geschaltet. Der Karl-Kellner-Ring soll zwischen H-Platz und ehemaligen Commerzbank-Hochhaus eine Einbahnstraße bleiben, ebenso die Seiberstraße. Das, was seit gut einem Jahr aufgrund einer Baustelle gilt, wird damit dauerhaft beibehalten. Die für die Einbahnlösung notwendigen Umbauarbeiten sollten bereits begonnen haben. Geschehen ist jedoch noch nichts. Das soll sich bald ändern. Aktuell geht man im Wetzlarer Rathaus davon aus, dass im November, sofern die Witterung mitspielt, der Umbau für das Einbahnstraßenprovisorium beginnen kann. Wer wird Bürgermeister in Braunfels? Im ersten Wahlgang hat keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit geholt. Amtsinhaber Christian Breithäcker hat mit 47,57 Prozent die absolute Mehrheit verfehlt. Felix Friedrich kommt auf 36,11 Prozent, Cem Eraslan auf 16 kommt 3,1 Prozent. Damit steht es fest, am 3. November gibt es eine Stichwahl. Amtsinhaber Christian Breithäcker hatte mit einer Stichwahl gerechnet. Jetzt heißt es für ihn nochmal vier Wochen Gas geben. Herausforderer Felix Friedrich ist hochzufrieden, dass er in die Stichwahl gekommen ist. Man merke, dass er aus Braunfels komme, sagt er. In der Kernstadt hatte er nämlich die Nase vorn. Zulegen muss Friedrich noch in den Stadtteilen, wenn er gewinnen will. In sechs Jahren trete er nochmal an, sagt Cem Eraslan, der es nicht in die Stichwahl geschafft hat. Die Castingshow The Voice of Germany läuft mittlerweile in der 14. Staffel im Fernsehen. Unter den Gesangstalenten ist diesmal auch ein Sänger aus Mittelhessen dabei. Der 27-jährige Marco Schumertl stammt gebürtig aus Lora und hat sein Glück in der ersten Runde der Castingshow, den sogenannten Blind Auditions, versucht. Schumertl ist Mitglied einer Indie-Rockband und hat seine Teilnahme an der Show in einem Beitrag auf Instagram bekannt gegeben. Ob er mit seiner Darbietung die Jurymitglieder Yvonne Ketterfeld, Samu Haber, Mark Forster und Kamrad überzeugen kann, wird in der Folge am Mittwoch, 9. Oktober um 20.15 Uhr bei ProSieben oder auf der Streaming-Plattform Join zu sehen sein. Auch in diesem Herbst sind viele Medikamente nicht lieferbar. Für knapp 500 Arzneimittel listet das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte derzeit einen Lieferengpass auf. Betroffen seien viele wichtige Medikamente von Antibiotika über Insulin bis hin zu Schmerz- und Betäubungsmitteln. Auch bei den Apothekern deute sich schon eine leichte Lieferschwierigkeit bei einigen Antibiotika an und auch ein Asthma-Spray sei seit einiger Zeit auf dem deutschen Markt nicht erhältlich. Alternativ gäbe es aber importierte Ware. Insgesamt sei man aber besser aufgestellt als noch vor zwei Jahren, wo man nicht einmal Fiebersäfte für die Kinder hatte. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erwartet in diesem Winter weniger Lieferengpässe bei wichtigen Medikamenten, vor allem für Kinder. Für die meisten Arzneimittel, die nicht lieferbar sind, gäbe es andere Präparate, auf die man umstellen könne. Durch Zusammenarbeit mit den Herstellern sei erreicht worden, dass die Verfügbarkeit insbesondere von Antibiotika und Fiebersäften viel besser sein werde. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de Die Untertitelung des ZDF, 2020